hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von wik performance mein name ist chris ich bin der patrick und das ist unser allererstes video für uns nicht das erste video was wir drehen sondern das erste video was ich sehen werde das kompliziert aber wir blicken selber nicht ganz so auf jeden fall ein kleines vorstellungs video wir wollen euch mal zeigen wer sind wir was machen wir überhaupt was ist unser kanal und wenn ihr bock drauf habt würden wir uns freuen wenn er da bleibt und ein paar videos von uns schaut wenn ihr bock habt auf geilen sound auf geile autos auf tuning treffen und anderen geilen schritt mit den kann den zwei dödeln und den ein oder anderen personen dann seid ihr bei dem kanal genau richtig würde ich einladen abonniert den kanal lasst uns ein like da schreibt einen kommentar wenn ihr bock habt euch zu beteiligen wenn ihr sagt lasst mal treffen wenn ihr bock habt auf autos und die ganze kacke was dazugehört abonniert uns und ihr seid gut dran jetzt mal ganz kurz wen es interessiert ist eigentlich ganz witzig wie sind wir haupt auf die idee gekommen ihr habt im intro schon gelesen der spruch weil ich es kann und warum haben wir überhaupt den kanal aufgemacht ja das ganze fing eigentlich so an der liebe christa hat sich die schüssel dann gekauft und er war immer so dagegen er will nie an dem auto was machen dann habe ich ihm gesagt ja komm lass doch aus spaß an dem suv so ein schnörchel dran und dann hat er gesagt ja dann tun wir auf den schnörchel aber ein schriftzug drauf weil ich es kann einfach nur weil wir es können wir brauchen den schnörchel nicht aber wir können es halt es ist halt witzig und man denkt sich also warum baut er einen ansaug schnörchel an den tigern ja halt einfach weil ich kann genau und ja jetzt kommt auf den kanal so videos so wie wir denen ein bisschen hübsch machen ein bisschen modifizieren würde es jetzt nicht nennen die macht niemals nie hauptsächlich machen wir den hübsch reden da basteln wir ein bisschen dran so auspuff und zeichnung war und das ganze klatter das was man also kennt und ja genau wenn ihr bock habt unsere geile dumme scheiße mitzumachen und vielleicht sogar noch bock habt auf uns dann abonniert den kanal und wir werden uns auf jeden fall noch des öfteren sehen in diesem sinne macht's gut und heavy metal gut ich wollte die ganze zeit reiben und ich mache die ganze zeit